Familie und Beruf.online, Plattform zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bildung im beruflichen und privaten Kontext bringt uns Menschen weiter und eröffnet uns oft neue Möglichkeiten. Diese Erkenntnis ist nicht neu und gilt überall auf der Welt. Auch Maria, die vor kurzem nach Deutschland gekommen ist und in ihre Heimat bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung abgeschlossen hat, ist sich darüber im Klaren. Maria möchte dringend die deutsche Sprache allgemein aber auch speziell zu ihrem beruflichen Fachgebiet lernen. Außerdem möchte sie sich beruflich weiterbilden. Da Maria einen noch sehr jungen Sohn hat, fällt es ihr aber schwer, für sie passende Weiterbildungsmöglichkeiten zu finden, die nicht mehr ihren familiären Verpflichtungen kollidieren. Auf der Plattform familie- und beruf.online wird Maria aber fündig. Hier findet sie nicht nur Informationen zu Deutschkursen, die sie besuchen kann, während ihr Sohn in einer Tagesbetreuung ist. Sie erfährt auch von einer Bervos-Schule, in der sie ihre Ausbildung vervollständigen und in Deutschland einen entsprechend anerkannten Abschluss machen kann. Besonders gut findete Maria an der Plattform, dass sie dort so viele Angebote gefunden hat, die zu ihrer persönlichen, beruflichen und familiären Situation passen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020